Das ist jetzt Kaffee Untersberg, so schaut es aus. Das ist der Nichtraucherraum. Da draußen ist der Rauchen, da rauchen sie wie die Wilden. So, ich sitze jetzt da mit dem OE5, OE2, WTL, entschuldige. Bitte um das WTL. Ja, ja, mit dem OE2, WTL, mit dem Toni, sitze ich da beieinander. Und in dem wunderschönen Kaffeehaus da, in Fürstenbrunn, in Gredig, noch am Untersberg Kaffeehaus und unterhalten uns da ein bisschen miteinander über die Funkerei und was es halt so alles gibt und über Internet, was man halt alles so zu sagen hat. Und da machen wir jetzt nur so ein Testvideo und das möchte man da gerne hochstellen. Ist nicht von jedem Interesse, aber auf alle Fälle. Man schaut sich das dann an und so weiter. Dürft ihr genügen. Da nimmst du mal drauf, dass der KGA mal drauf ist. Du brauchst nichts mehr da, nur hier drauf. Ja, ist der Auto drauf? Ja. Jetzt will ich nicht sagen, sagst du, wie es heißt. Das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Damit ich drauf bin, das ist ein Testvideo. So, darf ich die Kamera gehen? Ja, bitte, danke. So, jetzt ist das soweit fertig. So, Toni, soweit fertig. Toni trinkt noch einmal. Ja, warte einmal, so. Muss ich weit noch weg sein. So, das passt genau, Toni. So, und das stellen wir uns ins Internet. Manche werden sagen, das ist ein Blödsinn, aber das ist wurscht. Das kommt einfach rein, das ist ein Testvideo. So.